Was denn? Wo wird denn bei dir im Haus gelesen? Hallo! Lust auf Literatur? Dann habe ich was für Sie ganz neu im Stadttheater Amberg. Mein Name ist Nora Gommringer und ich habe die große Freude, das Literaturformat Tinte und Terz präsentieren zu dürfen. Am 28.10. ist Natascha Kramberger bei mir zu Gast, am 9. Dezember Thomas Lang und am 3. Februar Konstantin Küspert. Okay, Band habe ich schon gesagt, nein, Terz und, ach ja, immer 20 Uhr, also quasi Late Night. Moment, oh, mache ich sehr gerne und was rede ich denn für ein Kram? Das ist viel zu viel. Hey, what the? You know, are you looking at me? Are you looking at me?